Das hätte dir klar werden sollen, als du ihren Tod verursacht hast. Mhm. Okay. Wenn du nicht alt bist, wer bist du dann? Ich nutze ihre Engram-Daten. Kannst du dann auch ihre hochnäsige Bitch-Persönlichkeit abrufen? Okay, ähm... Johnny war nicht schuld an deinem Tod. Das weißt du nicht. Doch, ich hab seine Erinnerungen gesehen. Das war ein Unfall. Das war seine subjektive Sicht auf die Ereignisse. Eine verzerrte Version, die er in seinem Unterbewusstsein gespeichert und immer wieder abgespielt hat. Sie hat nichts mit der Wahrheit zu tun. Okay. Du kannst Johnny nicht ausstehen. Aber was ist mit mir? Ich kann dir nicht helfen. Können oder wollen? Können. Um das zu versuchen, bräuchte ich fortgeschrittener Technologien. Okay. Interessant. Brigitte hat behauptet, nur sie könnte mir helfen. Die Voodoo-Boys haben dich angelogen. Warum überrascht mich das nicht? Okay. Wie wär's mit Mikoshi? Fortgeschritten genug für dich? Wenn ich Zugang zu Mikoshi hätte, würde es nicht mehr existieren. Gut. Das ist ein Anfang. Wir verschaffen dir Zugang zu Mikoshi. Und du hilfst wie? Deal? Mhm. Okay. Was genau kannst du für mich tun? Bisher hat man mir gesagt, dass es schon zu spät ist. Mann soll heißen Hellmann? Saburus persönlicher Arschlecker? Mit dem Soul-Killer in Mikoshi werde ich ein Konstrukt von dir erschaffen. Und dann dein Neuralnetzwerk von Johnnies lösen. Dann setze ich dein Engramm wieder in dein Körper ein. Okay. Das ist übel. Okay. Also haben wir einen Plan. Aber wie erreicht ihr Mikoshi? Ich habe das mit ganzen Armeen nicht geschafft. Das waren Kinder des Nets. Das war dein Problem. Wir bauen auf den menschlichen Faktor. Vi hat eine große, staubige Nomadenfamilie, die alles für ihn tun würde. Wir schmuggeln dich klammheimlich nach Mikoshi. Nun, sind wir uns einig? Ja. Finde einen Weg nach Mikoshi. Ich bereite ein Programm vor, mit dem du das LocalNet navigieren kannst. Wie kontaktiere ich dich, wenn ich bereit bin? Dies ist eine BBS-Adresse, über die wir sicher kommunizieren können. Halt. Bevor wir gehen, muss ich mit dir reden. Alleine. Nein. Das ist nicht möglich. Okay. Okay, also es ist ziemlich crazy. Das nennt man dann wohl Karma. Die Scheißrunner waren selbst schuld. So befriedigend das auch ist. Wir müssen los. Stimmt. Grummelbacke ist ja noch übrig. Grummelbacke. Okay, dann nuten wir erstmal. Schönes. Wir können hier ein bisschen was mitnehmen. Why not, ne? Da ist auch noch was. Ich gucke mal. Können wir irgendwas reinhacken? Nein. Benutzen. Was haben wir denn hier? Nachrichten. Lieferung. Abschluss. Abschnitt GS9. Ansonsten ist hier nix weiter. Ah, hier. Ah, sieben von zehn. Shit. Schade. Okay. Dann kommen wir aus dem Unterschlupf der Voodoo Boys. Also es ist auf jeden Fall strange. Also die Story ist cool. Echt cool gemacht. Kommen wir hier lang? Ne, ich würde... Ne, also wir müssen da schon durch. Na gut. Ne, ich bin nicht da. Oh, nein, 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 nein. Ähm. Ziehen wir uns mal ein bisschen zurück. Wow, 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 wow. Ich sehe irgendwie gerade keine Anzeige. Nebensanzeige. Ich hätte gerne die Waffe von Johnny. War echt cool. Ja, super. Ist da reingeschleudert, wo man nicht rankommt. Das ist ja auch wieder geil. Ne, da kommst du wieder nicht ran. Das ist ja hammerhart, ey. Das ist auch so geil gemacht, ey. Weißt du? Da hast du Loot. Und kommst nicht ran. Das ist auf jeden Fall jetzt echt... Also die Story nimmt jetzt doch definitiv Fahrt auf. Ach, jetzt kommt man doch hier rein. Dann nehme ich es natürlich zurück. Und später. Oh, hier können wir uns auch einen loggen. Noch ein später. Voll der Alarm. Jetzt habe ich schon wieder diese blöde... Wieder so eine blöde Knarre. Mein Gott. Warum wechselt der die Waffen aus? Das soll er doch gar nicht. Das kann doch nicht wahr sein. Ey. Meine Güte. 3,76. Drei... Die könnten wir noch pimpen. Apropé pimpen. Wir haben ja erstmal... Keinen Punkt. Ähm... Würde ja gerne mal was herstellen. Aber irgendwie geht das gerade nicht. Habe ich... Habe ich das Gefühl. Alter, der Sound geht mir aber auch auf den Puffer. Kann ich speichern? Ja. Ne. Wow, wow, wow. Wir sehen leider auch gar keine Anzeige. Lebensanzeige. Aber ist das... Ich weiß nicht, ob es Buggy ist. Keine Ahnung. Irgendwas zum Scannen hier? Nein, nee, leider nicht. Schade. Alter, diese Mucke nebenbei. Macht ein Wahnsinn. Diese Mucke und dieses Alarmengeräusch. Ist übel. Wow, Alter. Was ist das denn hier, ey? Weil Kreuze, wenn wir hier raus sind. Wie gesagt, ich sehe nichts. Was Faktum ist. Was ist das? Er lebt noch. Nicht mehr lange. So. Muss ihn nur richtig treffen. Verdammt, jetzt haben wir wieder zu viel. Wie gesagt, ich sehe nichts, ähm, was Faktum ist, ne? Deswegen, es ist grad komisch. Ähm. Es ist grad echt übel, so ein Ding. Dich können wir mal zerlegen. Dich können wir zerlegen. Dich können wir zerlegen. Dich können wir zerlegen. Nein, diese Billu-Knarren hier, die können wir echt alle zerlegen. So, okay, haben wir. Hier ein bisschen Platz, in Ordnung. Wie gesagt, ich kann, jetzt kann ich was herstellen. Das ist ja auch geil. Ähm. Aber irgendwie nicht so das, was ich gerne hätte hier. Quick-Hacks haben wir irgendwie gar nicht. Also, Aufsätze und Mods und so weiter. Ist alles irgendwie nur ein bisschen low. Deswegen. Die haben wir. Upgrades, können wir upgraden. Oh, Präzisionsgewehr. Da hätten wir ordentlich Platz. Blockiert, weil... Wenn ich einen Komponenten habe. Legendäres Upgrade-Komponenten. Legendäres Upgrade. Hier, was ist das hier? Ausgedienter Trenchcoat. Warte mal, haben wir neue Klamotten? Warte mal kurz, das muss man mal gucken. Ähm. Epische... Okay, das ist ja kein Problem. Können wir dich jetzt... Ja, jetzt können wir dich herstellen. So. Okay. Upgraden, Moment. Ne, das geht nicht. Upgrade-Komponenten. Scheibe. Okay, das können wir nicht herstellen. Ja, das ist doch doof. Äh, warte mal. Ähm. Auch das ist Blödsinn. Inventar. Okay. Twiddlebee mit... Okay, den können wir nicht. Oh, legendärer ausgedient... Äh, 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 Trenchcoat. Jawohl. Ja, den ziehen wir nochmal an. Ähm. Crit-Schaden rein. Äh. Explosionsschaden. Äh. Äh, nochmal Crit. Why not? Voll gepimpt. Oh. So, Schuhe war doch auch im Gewand, ne? Schuhe. Hier, ist das hier. Feste, äh, Orchidorn-Zündleder-Biker-Stiefel. Ja. Das ist genau das, was wir haben. Das ist doch schon mal cool. Das ist genau das, was wir brauchen. Wir müssen mal dezent auszudrücken. Können wir hier rein? Beichten. Okay. Was ist das hier? Nichts Besonderes. Okay. Alter, ist das hell. Ungünstiger Zeitpunkt. War das der Biochip? Schwanger bin ich wohl kaum. Kann nicht so schlimm sein, wenn du noch Witze machst. Oh, fuck. Das war die Pumpe. Ruhe dich aus. Nicht, dass du mitten im Job abklappst. Bla, bla, bla. Arasaka ist scheiße, bla. Mikoshi zerstören. Du verwandelst dich echt in mich. Tja, toll ist anders. Du bist manipulativ, egoistisch, zynisch. Immer. Wenn du den Mund aufmachst, verfluchst du irgendwen. Ich glaub, wir kommen schon klar, wenn's sein muss. Du solltest anfangen, mir mehr zu vertrauen. Hm. Du kannst echt charmant sein, wenn du dich ein bisschen anstrengst. Aber du hast auch in Downtown ohne Reue und ohne Rücksicht auf Verlust in der Atombombe hochgejagt. Ich warf Mikoshi aus, wollte es zerstören. Hab Saka genug Zeit zum Evakuieren gegeben. Du wusstest, dass viele sterben würden. Mach dir nichts vor. Mhm. Du bist auch ein Killer. Fakt. Geht's dir um das Ausmaß? Ist dir auch egal. Was ich meinte ist, du bist unberechenbar. Das sagt der Richtige. Denk daran, wo du mal warst und wo du jetzt bist. Die Richtung ist klar. Jetzt bist du am Zug. Keine Ahnung, wohin ich gehe. Eine lebende Legende, das wollte ich werden. Und jetzt bin ich so gut wie tot. Wie erkennst du deinen wahren Wert? Im Tod. Stell dich ihm. Blick ihm direkt ins Auge. Du kannst es immer noch zu was bringen. Ja. Vielleicht. Wie war es, als du gestorben bist? Rauschend. Scheitern war keine Option. Nicht mal ein Gedanke, bis es doch so kam. Der Tod fühlt sich erst jetzt real an. Jetzt? 50 Jahre, um das zu begreifen? Mikoshi war wie ein, ich weiß nicht, wie ein Schlaf. Ich war nicht wirklich da. Die Zeit verging für mich nicht. Ich war wie ein Spielball für die. Da war nur Kälte, Leere, Angst. Oder war das dein Tod? Eine gute Frage. Langsam verstehe ich, warum du Mikoshi verabscheust. Es dürfte nicht existieren. Von allem Schlechten, was die Konzerne täglich anrichten, ist Mikoshi das Schlimmste. Weißt du auch warum? Nö. Weil man dort für immer und ewig gefangen ist. Nein, nichts ist ewig. Und die Psychen in Mikoshi merken nicht, wie die Zeit vergeht. Am schlimmsten ist, wenn sie dir die Identität nehmen und du nie erfährst, dass du jemand anders warst. Die Welt haben die Konzerne schon erobert. Und jetzt kommen sie uns holen. Ciao. Okay, los. Zurück an die Arbeit. Dann los. Alles klar. Na. Fehlfunktion mal wieder. Okay. Ähm. Lass mal gucken. Also, wir haben die Hauptmission noch. Das könnten wir noch machen. Dann könnten wir aber auch noch jede Menge Nebenmissionen machen. Oder Aufträge. Kleptomanie. Werkstatt der Valentinos. Sparings Partner. Beat on the Bread. Psycho Killer. Das läuft uns nebenbei. Rancho Corando. Fool in the Hill. Misty. Tarot. Waffiti. Tja. Stadium. Nach was los ist. Okay, wir nehmen das mal mit. Why not? Mal was anderes machen wir außer der Hauptquest. Na. Warum kann ich hier kein Fahrzeug rufen? Warum kann ich hier kein Fahrzeug rufen? Hallo? Ich würde gern ein Fahrzeug rufen. Was? Oh. Hm. Wer bist du? Ähm. Jagdhund. Mensch. Sorry. Okay. Die machen mal eine ganz einfache Quest nebenbei mitgemacht. What? Ich sehe immer noch keine Anzeige übrigens. Immer so als Info. Also ich sehe nicht unseren Lebensbalken. Headset aus Titan. Nice. Na, was haben wir da? Mission abgeschlossen. Okay, da kommen wir nicht ran oder was? Hm. Ist auch nix. Okay, da könnten wir einsteigen. Ich würde immer gern mal ein eigenes Auto rufen. Was ich irgendwie nicht kann. Frag mich warum. Also irgendwie scheint... Ich hab das Gefühl, es ist ein bisschen buggy gerade, ne? Mal wieder. Ruhig, Blut. Irgendwie mal versuchen, hier wegzukommen. Ähm. Da wäre der nächste Punkt gewesen. Ah. Hier ist eine Tarotkarte. Alles klar. Es wird auch angezeigt. Okay. Machen wir mal anders. Gehen wir jetzt mal zurück. Zur Tarotkarte. Was mich halt wirklich wundert, ist, dass wir kein Fahrzeug rufen können. Halt. Ich will die Tarotkarte haben. 80 Meter da unten ist das Ding. Können wir mal speichern. Boah. Ähm. Wudeboy. Okay. Die sind ja uns nicht gerade sehr, äh... so freundlich gesinnt. Wir sind immer noch im Passifika, oder? Pass also auf deine Leute auf. Ich stand es gleich. Lass mich. Ja, ja. Wie gesagt, ich sehe leider nicht... Scheiße, Mann. Ja, ich brenne. Ich sehe leider nicht meine Anzeige. Das ist witzig. Ich sehe keine Lebensanzeige. Ihr seht das ja auch. Deswegen. Ist echt hot. Ja, ich will eigentlich da hin. Hm. Wie kommen wir da rein? Was? Dach? Okay. Ach, das ist die Kirche. Ach, das ist... Das ist doch die Voodoo-Kirche, oder? Kann das sein? Ja, das ist auf jeden Fall auf dem Dach. Das ist die Voodoo-Kirche. Okay, ähm... Kommen wir da jetzt hoch. Irgendwie müssen wir da hochkommen. Das Graffiti ist... Seltsames Graffiti. Ja, ich würde ja gerne... Aber es geht nicht. Hm. Oh, das ist schon gescannt jetzt. Na, egal. Okay, wir gehen mal zurück. Ähm... Ich will hier raus. Vor allen Dingen will ich unbedingt... Äh, wo sind wir denn jetzt? Hier. Unbedingt. Oder ist das? Nee, nee. Das passt schon. Äh, unbedingt hier weg. Level-Aufstieg. Ähm... Da haben wir hier auch wieder Wirt. Level 19. Ähm... Techie. Äh... Level 20. Okay, warte mal. Level 19. Coolness. Hidden Dragon. Kampfmaschine. Komm, wir nehmen mal die Resistenzen mit. Es schadet nicht, wenn wir da mal was haben. So, wie gesagt, eigentlich wollte ich... Da hin. Ist ja gar nicht so weit weg, dass wir hier übrigens mal unseren Wagen wieder nehmen können. Wäre schon nicht schlecht. So, nicht so weg. Vor allen Dingen, ich hätte gerne mal wieder meine Anzeige, dass ich auch wieder, ähm, weiß, was Faktum ist. Okay. Ähm... Wir können immer noch... Warum können wir keinen Wagen mehr rufen? Was ist denn? Kann doch nicht wahr sein, dass ich keinen Wagen mehr rufe. Ist das jetzt Buggy oder ist das beabsichtigt? Fahre ich mich jetzt ernsthaft? Kann doch nicht sein, dass ich die ganze Zeit durch die Gegend eiern muss. What? Was? Ist das jetzt hier mal ruhig oder was? Ah, du nicht. Was ist denn hier wieder los? Wir verlieren Leute! Zur Not einfach alles umniedeln, was hier ist. Ich frag mich, was hier los ist. Ich frag mich, was hier los ist. Na? Abgepänntes Bein, ach, da ist noch einer. Oh, ich hoffe, dass jetzt meine Ruhe ist. Ah, wir sind mal wieder überlastet. Ähm... Vor allen Dingen, warum kann ich meinen Wagen nicht rufen? Das gibt's doch gar nicht. Das ist irgendwie auch höchst merkwürdig. Ähm... Power-Scharfschützengewehr, das ist ja auch nicht so prickelnd. Wie erkennst du deinen wahren Wert? Fuck! Im Tod. Ah! Stell dich ihm. Blick ihm direkt ins Auge. Johnny! Ich hab dich. Lothrock hält! Neumogener Schock. Er stürmt. Wie? Bist du da drin? Ach, mein Kopf. Was jetzt? Jetzt findest du heraus, was du zu tun hast. Du bist in deinem Leben nie vor etwas weggelaufen. Nicht einmal, wenn du es hättest tun sollen. Du durchstreifst Night City. Und weißt, dass dich jederzeit eine Kugel erwischen könnte. Aber das hat dich nie davon abgehalten, die Dinge selbst in die Hand zu nehmen. Glaubst du, du hast den Tod überlustet? Der Tod hat dich überlustet. Wenn du töten musst, töte. Wenn du alles niederbrennen musst, lass es brennen. Was ist dir lieber? Ein Leben als nobody der Ruhe halt wird? Oder rumreich traurig? Veröabel, über das ist dir? Ja! Der Tod hat dich überlustet. Der Tod hat dich überlustet. Untertitelung des ZDF für funk, 2017